Leute, was glaub ich, ich bin der Amt, da kommst du in einem Video von mir. Und, Leute, heute... Warte, ich muss mal ein bisschen hell, dunkeler machen, oder? Hier, heller, komm, heller. Heller. Ja, Leute, was glaub ich, ich bin der Amt, da kommst du in einem Video von mir. Und ich hab eben ein Video gemacht, Leute. Ähm. Also, ich bin nur ganz kurz damit hier. Ich hört, Leute. Und ihr hört mal, Leute. Auf jeden Fall, Leute, das war hier meins. Also, das hat schon einen Aufruf, Leute. Aber ihr könnt auch sehen, einen Aufruf, weil das... Das war erst vor... 10 Minuten. Ähm. Ähm. Ein Kommentar, das hab ich geschrieben. Ja. Hier steht... M... Hashtag MreWolkeZähne steht da, Leute. Bist du noch geschrieben? Wartet. Ich mach mal ein bisschen Musik an. Was? Baby, komm, wie gehen. Ich wollte sie sehen. Den kann keiner sehen. Und ich weiß, wo ich dich verweilen. Aber komm, wie gehen. Und ich weiß, wie geht die Taschenlampe nicht an. Eure Scheiß, ich war auf die Taschenlampe, Leute. Ähm. Ja. Soll ich mal einen neuen Beschreibung nennen? Schreiben? Wie soll ich den Beschreibung nennen, Leute? Äh. Ich hab... Warte. Warte. Leute, es hat geklingelt. Habt ihr es gesehen? Also... Ding... Dong. Ding Dong. Warte. Warte. Ding Dong. Ding Dong. Warte, Leute. Seht ihr das? Da unten? Da Ding Dong. Warte. Kann man das überhaupt sehen? Oder? Na, die Kamera. Warte. Die Kamera sieht mich. Und... Ah. Jetzt seht ihr. Ja. Jetzt seht ihr. Warte, damit ihr es besser seht. Ach. Ding Dong. Also soll ich meinen Namen ändern? Nein, Spaß. Also... Also soll ich meinen Namen ändern, Digga. Leute, ihr fragt euch, wie ich das gemacht habe, ne? Okay, Leute. Ich gebe einen Tipp, okay? Ich hab mal diesen Handy aufgenommen, ne? Ich geh jetzt einfach bei aufnehmen, ne? Zum Beispiel, ich mach jetzt eins, warte. Also ich hab noch einmal hier, in meinem Tablet, wo ich gerade filme, Leute, hier. Warte, ihr könnt euch jetzt sehen. Da, 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 da seht ihr euch. Und damit hab ich ein ganz leises Lied aufgenommen, damit ich auch merke, ah, ich muss das machen. Und dann, Leute, warte. Und dann drücke ich hier und warte, 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 Leute. Ihr fragt, wieso ist meine Haare jetzt so? Hashtag Live Tour. Also, Leute, morgen geht schon los. Morgen gehe ich in Fulda, Leute. Heute war ich in Berlin. Ich glaube, manche Leute haben mich gesehen. Heute war... Heute... Morgen gehe ich zu Fulda. Also, Leute, wo ihr überall, ähm, wo ihr hinseht, kennt ihr dieses eine Jesus? Also, bei Fulda, warte, ich kann euch das zeigen. Warte, ich muss nur einmal googeln. Einen Moment, bitte. Warte, wir sehen uns gleich, Leute. Ah! Okay, Leute, genau da könnt ihr es sehen, wo das rote Ding da ist. Da müsst ihr alle hinkommen, bei Jesus Haus, Gemeinde. Kennt ihr die Flemmingstraße da unten? Dann müsst ihr hier bei Flemmingstraße nach oben. Und dann geht ihr nach da hin, dann geht ihr da lang. Und dann seid ihr schon bei Gemeinde. Und, Leute, ich sag euch, wann ihr gekommen seid. Also, morgen kommt es ja Schule. Dann. Um 17... Nee. Das... Um 16.16 Uhr. Okay, Leute. Um 16.16 Uhr. Geht ihr genau da hin. In die... Ding ist hier so. Also, ihr könnt ja auch jetzt in Google gehen. Und dann noch einmal Jesus Haus, Gemeinde. Jesus Haus, Gemeinde hinkommen. Und dann könnt ihr ein paar Kilometer hinfahren. Ich glaube, das... Oder? Kennt ihr die Glad Miller Straße? Ja. Guck, Leute. Das sieht so ungefähr so aus. Aber ihr solltet nur nach vorne kommen. Gibt es hier? Oder soll ich mal Glenn Miller Straße angehen, oder? Guck mal, Leute. Da bin ich gerade in Glad Miller Straße, Leute. Glad Miller Straße bin ich. Baby, komm, wir gehen. Leute, ich habe euch gezeigt, wo die hinkommen. Checkt mein... Ähm... Checkt nochmal mein Meld ab. Das hier, die Kappe ist neu. Von... Ihr wisst natürlich, lasst oder so, lasst oder so. Das steht jetzt irgendwo, lasst oder so, lasst oder so. Ich darf euch nicht sagen, das ist mein Neuer, mein Top. Also, zum...